Guten Abend und herzlichen Glückwunsch! Ja, Sie verstehen es, wie mit dem Feierabend frohen Herzens zu genießen. Nicht wie der da, der rackert und schuftet jetzt noch wie besessen. Halt, mein Freund! Greifen Sie zur HB! Man kann sie wirklich frohen Herzens genießen. Ja, meine Freunde, die HB gehört dazu. Später rufen keine Zeit. Vor der Spitz sind Sie soweit. Schreiben Sie die Musterkarten. Nein, der Wagen soll noch warten. Vor der Schulze Hamburg buchen. Schreiben Sie, ich will versuchen. Ja, ich fliege so fort an. Vor der Schnelligkeit ist knapp. Auto, Anruf, Flugzeug, Brief. Heute geht immer alles tief. Halt, Halt, Halt! Halt, dein Leben wird zur Qual. Schluss damit. Viel lieber mal frohen Herzens genießen. Greife lieber zur HB. Das ist eine Prachtidee. Gleich, wenn du sie angesteckt, weißt du, sie bekommt und schmeckt. Tempo, Tempo, keine Zeit. Schneller, 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 ist soweit. Halt, lieber Freund, so geht's nicht weiter. Hier, genieße froh und heiter die HB, die so beliebt, weil sie dir Entspannung gibt. Nimm dir mit HB die Zeit für Ruhe und Behaglichkeit. Ewig rennen, jagen, hassen, seine Nerven überlasten, führt zu nichts, bringt nie Gewicht. Halt, mein Freund, der Rat hat Sinn, frohen Herzens genießen. Und mein Vorschlag, die Idee, brauche lieber mal HB. Schau, die Welt, ist die nicht schön, du hast nichts davon gesehen. Statt zu hassen und zu eilen, nimm dir Zeit, mal zu verweilen. Frohen Herzens genießen. Mit HB, die leicht geschwind, immer frohe Stimmung bringt. Sie schmeckt gut, ist leicht und rein und bekömmlich obendrein.